Im heutigen Video teste und vergleiche ich die verschiedenen ABS-Filamente von CR3D. Dafür verwende ich meine selbstgebauten Testgeräte. Konkret haben wir hier normales ABS in schwarz, mattes ABS in diesem blau und zu 20% Glasfaserversteigtes ABS in Natur. Alle Filamente wurden mir für den Test kostenlos von CR3D zur Verfügung gestellt, was auf die Aussagen im Video jedoch keinen Einfluss hat. Um passende Proben für die Versuche auszudrucken, habe ich zunächst Materialprofil im Prusa-Slicer erstellt und hier die Angaben zu Druckeinstellungen vom Hersteller übernommen. Im Anschluss habe ich dann diese Proben mit einer E3D Revo Oxidian-Düse auf einem umhausten Karibu MK3S gedruckt. Optisch sehen alle Bauteile sehr gut aus. Beim Glasfaser-ABS fällt konkret auf, dass die Schichten wie verwaschen werden und wirklich ansprechend aussehen. Außerdem fühlen sich die Bauteile etwas rauer und sehr stabil an. Beginnen möchte ich diesen Test mit dem Zugversuch, wofür ich diese Proben aus allen drei Materialien je viermal liegend und viermal stehend ausgedruckt habe. Somit kann mit den liegenden Proben die Stabilität des Materials in XY-Richtung und mit den stehenden Proben die Schichthaftung in Z-Richtung geprüft werden. Dafür messe ich zunächst die Stege, also die schwächsten Stellen, an denen die Proben reißen, aus und notiere die Messung in einer Tabelle. Mit dieser Wegezelle wird dann vom Arduino die Kraft in Newton gemessen, die es braucht, um die Probe zu zerreißen. Geteilt durch die vorher gemessene Querschnittsfläche der Probe ergibt sich dann die Zugfestigkeit in Megapaskal. Je höher dieser Wert, desto fester das Material bzw. die Haftung der Layer untereinander. Hier die Ergebnisse. Es handelt sich dabei jeweils um die Mittelwerte aus vier Messungen. Aus den XY-Proben, hier die blauen Balken, geht hervor, dass das Glasfaserverstärkte ABS gut 37% stabiler als das matte und normale ABS ist. Unter letzteren lässt sich jedoch kein wirklicher Unterschied feststellen, wie man hier an der Überlagerung der Fehlerbalken sieht. Bei den Z-Proben als Maß für die Schichthaftung zeigt sich, dass die Faserverstärkung hier keinen Einfluss hat, da die Fasern eben in einer festen Richtung und zwar entlang der Schichten angeordnet sind und so die Schichten untereinander nicht verstärken. Da ich verifizieren wollte, dass die gehärtete Oxidiendüse und die verwendeten Drucktemperaturen hier keinen Einfluss hatten, druckte ich die Proben nochmal mit einer normalen Messingdüse und erhöhte beim matten ABS zusätzlich die Temperatur um 15 Grad Celsius, da das offiziell so von Ca3D angegeben wurde. Einen Unterschied konnte ich jedoch nicht wirklich erkennen, wie das Diagramm hier zeigt. An dieser Stelle möchte ich kurz erwähnen, dass es mich sehr freuen würde, wenn du meinen Kanal kostenlos abonnierst. Außerdem verpasst du so keins der wöchentlichen Videos zu den Themen 3D-Druck und Filamentprüfung. Nun aber zum Temperaturtest. Dafür habe ich diese länglichen Proben einmal mit 20% und einmal mit 100% Infill gedruckt und dann mit einer eigenen Halterung von oben beschwert und in den Backofen gestellt. Die Idee ist es, grob und vereinfacht die Heat Deflection Temperature, kurz HDT, zu ermitteln. Dafür wird die Probe auf zwei Punkten gehalten und durch das Gewicht, hier die Flügelmutter, von oben beschwert, was Kraft auf die Probe ausübt. Dann heizt man den Backofen auf und misst die Temperatur, weil die Probe weich wird und dem Gewicht nicht mehr standhalten kann, also einknickt. Auch hier leistet die Faserverstärkung ganze Arbeit. Wo die normalen ABS-Filamente bereits bei 95 bis 100 Grad Celsius einklinken, hält das GF-Filament bis zu 120 Grad Celsius stand. Die Zähigkeit der Kunststoffe ist vor allem bei stoßartigen Belastungen relevant. Dafür habe ich diese Proben für meinen Kerbschlagbiegeversuch gedruckt, muss dann aber feststellen, dass das normale und matte ABS nicht zerschlagen wurde. Um einen Trennbruch zu erzielen, müsste ich die Nullhöhe des Hammers erhöhen oder besser, auf einen schwereren Hammerkopf setzen. Trotzdem führte ich den Versuch noch mit dem GF-ABS durch und stellte fest, dass sich dieses sehr leicht durchschlagen lässt. Die Kerbschlagzähigkeit liegt damit hier bei 6,3 kJ pro Quadratmeter und bei dem normalen und matten ABS lässt sich nur aussagen, dass sie bei über 17,8 kJ pro Quadratmeter liegen muss. Das geht aus der Energie hervor, die mindestens absorbiert werden muss, um den Hammer komplett zu bremsen. Die tatsächliche Schlagzähigkeit könnte also noch höher sein. Nun kommen wir zum Dreipunktbiegeversuch, mit dem sich der Biegemodul als Maß für die Steifigkeit ermitteln lässt. Dafür habe ich die Proben vom Temperaturtest nochmal mit maximalen Perimetern gedruckt, um das Material senkrecht zu den Linien zu verbiegen. Die hier verwendete Konstruktion des Versuchs findet ihr übrigens mit Teilenliste und Aufbauanleitung auf meinem Printables-Account. Weitere Testgeräte folgen bald. Als Gewichte habe ich dann leere Glasflaschen genommen, diese gewogen und beschriftet. Indem ich die dann nacheinander in den Eimer lege, der über einen Haken auf die Probe drückt, wird Kraft auf sie ausgeübt. Über die Messuhr hier oben lässt sich dann sehr präzise die Biegung bestimmen. Nach entsprechender Verarbeitung der hier gesammelten Daten lässt sich der Biegemodul in Megapascal von den Materialien errechnen. Es geht klar hervor, dass das Glasfaserversteigte ABS wesentlich steifer ist. Der Biegemodul ist fast dreimal so groß wie bei den normalen bzw. matten ABS. Das liegt an den Fasern, die das Polymer versteifen und geht so auch aus Literaturwerten hervor. Dafür bricht ja aber auch das GF-ABS wesentlich schneller, wie man beim Kerbschlagbiegeversuch bereits sehen konnte oder aber auch selbst am Filament ausprobieren kann. Nun kommen wir nochmal kurz dazu, was man jetzt konkret aus diesen Messdaten mitnehmen kann. Gerade die hohe Festigkeit und Temperaturbeständigkeit beim Glasfaser-ABS kann für technische Anwendungen sehr interessant sein. Welchen Aspekt man jedoch nicht vernachlässigen sollte, ist der Preis. Hier die aktuellen Preise, Stand Mai 2023 in Euro pro Kilogramm. Gerade bei Anwendungen wie dem Druckerbau, ich denke jetzt an die Plastikteile von Druckern wie Voron oder Redrick, wird sich das Glasfaser-ABS kaum lohnen, da hat zum Beispiel der Innenraum des Druckers lange nicht zu hohen Temperaturen erreicht und sich dann der hohe Preis des Materials einfach nicht rechnet. Ein Pluspunkt bleibt dennoch und das ist die Oberfläche. Man kennt es vielleicht von Carbonfaser-Filamenten, dass hier matte und leicht texturierte Oberflächen und Schichtübergänge entstehen. Das hat man bei den Glasfasern auch, nur dass die Farbe des Filaments eben nicht an dunkle Töne gebunden ist, wie bei den Carbonfasern, so lassen sich quasi alle beliebigen Farben herstellen. Ich hoffe dieses Video hat euch gefallen und ein besseres Verständnis über den Effekt von Verstärkung durch Glasfasern gegeben. Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, um keins der wöchentlichen Videos zu verpassen und schreibt in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen möchtet.